Mehl Unfassbar! Da bittet man Sie um Geld und Sie geben es einem. Dann willst du das neue Geld nehmen und willst Ihnen damit von dem Alten was zurückzahlen, aber Sie wollen es überhaupt nicht. Und Sie geben dem noch mehr, weil Sie gierig sind. Gierig, 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 gierig. Oh Gott, was hab ich nur getan? Hör auf zu jammern. Wer hat das gesagt? Ich, das war ich. Hi. Na, wie geht's? Nicht sehr gut. Schon besser. Das ist nicht wahr. Ich verliere den Verstand. Dein Verstand ist in Ordnung, aber was du wirklich verlierst, das sind deine Haare. Jetzt tu dir selbst einen Gefallen und hör auf mit dem schlechten Gewissen. Wie denn? Ich betrüge meine Freunde und meine Familie. Fühlt sich gut an, hm? Ja. Nein, ich bin mir nicht sicher. Na, hör mal. Du warst dein Leben lang ein Fußabtreter. Jetzt kannst du dir endlich holen, was du verdient hast, Junge. Aber mein schlechtes Gewissen. Ach, vergiss es. Seien wir böse. Böse? Wird langsam Zeit, was zu ändern. Dann lassen wir uns ein Schnurrbart wachsen. Ich wollte immer schon einen tragen. Wir lassen uns lieber Eier wachsen. Oh, gut. Die wollte ich auch schon immer. Bis dann. Wo willst du hin? Weg. Weg? Ja, weg. Problem damit? Nein, gar nicht. Na also. W monsters. W soll sonst eine bewundernschaftlasse? Du bist dein in der Schweiz?